Ich würde gerne statt zig unterschiedlichen Insellösungen im Marketing mal einen einzigen sauberen Funnel bauen, der alle losen Enden verbindet und konstant Leads generiert, Nachfrage und Vertrauen bei Interessenten aufbaut und diese sich dann praktisch wie von selbst bei uns melden. Wenn dir das bekannt vorkommt, ist dieses Video hier für dich. Denn wir erstellen gleich gemeinsam Schritt für Schritt einen kompletten B2B-Marketing-Funnel aus LinkedIn-Ads plus Content-Elementen in wenigen Minuten und zwar mit Chat-GPT. Ich habe dir dazu auch wieder eine Malen-nach-Zahlen-Vorlage erstellt, die du runterladen und sofort für euch nutzen kannst. Wenn du sehen willst, wie das funktioniert und wie du es dann für euch schnell und einfach selbst umsetzen kannst, wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Das hier ist der B2B-Marketing-Funnel, den wir regelmäßig für unsere Kunden auf die Straße bringen. Er verbindet die Skalierbarkeit und die laserscharfe Zielgruppenaussteuerung von LinkedIn-Ads mit der Stärke von Content-Marketing. Kurz mal die vier Schritte zusammengefasst, die wir gleich umsetzen. Zuerst holst du Menschen aus eurer exakten Zielgruppe, denen ihr mit eurem Produkt perfekt helfen könntet, durch Anzeigen in den Funnel. Danach melden sie sich für ein wertvolles Stück Content mit ihren Kontaktdaten bei euch an, sodass sie zu Leads in eurem CRM werden. Damit sie jetzt Nachfrage und Vertrauen zu euch aufbauen, erhalten sie eine E-Mail-Serie mit einer Einladung zu einem Live-Webinar. Und zuletzt führst du sie durch Retargeting-Anzeigen zu euch ins persönliche Gespräch oder eine Demo. Kurz vorab, das Dokument mit all den Vorlagen für die Chat-GPT-Prompts, die du jetzt gleich siehst, schicke ich dir im Anschluss gerne zu, damit du sie dann einfach direkt Copy-Paste für euch nutzen kannst. Also, werfen wir Chat-GPT an und los geht's. Okay, das ist jetzt hier die Anleitung, die ich für dich erstellt habe, wo die ganzen Prompts drin sind, die du so oder so ähnlich für dich nutzen kannst, um euren kompletten Funnel aufzusetzen. Und zwar ist es immer so, dass ein Prompt immer aus den Elementen Aufgabe, Kontext, Stil, Länge und Formatierung besteht, beziehungsweise manchmal wirst du sehen, brauchen wir auch nicht alle dieser Elemente, damit Chat-GPT damit, ja, gute Ergebnisse uns liefern kann. Wir wollen starten mit dem ersten Baustein, das sind Awareness-Ads. Und bei diesen Awareness-Ads, da soll die Zielgruppe sich sehr, sehr, sehr stark angesprochen fühlen, dadurch, dass wir wirklich einen Schmerzpunkt, einen Pain-Point, ein Problem adressieren, dass sie wirklich jeden Tag in ihrem Arbeitsalltag wahrnimmt. Und dementsprechend ist das hier so aufgebaut. Also die Aufgabe ist, erstelle fünf Werbetexte für LinkedIn-Werbeanzeigen, die starke Aufmerksamkeit der Zielgruppe auf sich ziehen. Den Kontext geben wir dann. Die Zielgruppe sind, und hier ist wichtig, dass du die Rolle der Personen in den Unternehmen, die ihr ansprecht, hier einfügst, in Branchen-Unternehmen, das unbedingt auch einfügen, die im Arbeitsalltag häufig den Schmerzpunkt erleben, das. Und dann wirklich hier einmal die exakte Problembeschreibung hinzufügen. Je besser du das für Chat-GPT beschreibst, desto bessere Ergebnisse kannst du dir natürlich nachher liefern. Dann, um natürlich auf Aufmerksamkeit mit unseren Ads zu bekommen, hier einmal der Stil, fordere im ersten Satz einen verbreiteten Glaubenssatz der Zielgruppe rund um den Schmerzpunkt heraus, sodass sie zum Weiterlesen animiert werden. Beschreibe detaillierte, greifbare Szenarien im Arbeitsalltag der Zielgruppe. Länge maximal 600 Zeichen, weil mehr dürfen wir bei LinkedIn-Ads nicht nutzen. Und dann zur Formatierung hier nochmal ein bisschen, kurze Sätze, Leerzeilen, Aufzählung in den Werbetexten, wenige Emojis, einfache Lesbarkeit. Ich habe jetzt hier unten schon mal das Ganze in ein Beispiel gepackt, und zwar rund um unsere Zielgruppe. Also unsere Zielgruppe wären jetzt Marketingmanager in IT- und Softwareunternehmen zum Beispiel, die im Arbeitsalltag häufig den Schmerzpunkt erleben, dass sie viele unterschiedliche Marketingmaßnahmen machen, die aber alle nicht richtig ineinander greifen und dadurch nicht die gewünschten Ergebnisse bringen. So, das kopieren wir jetzt hier einmal, gehen zu ChatGPT. Ich habe jetzt hier ChatGPT vorlaufen. Die Ergebnisse sind übrigens auch deutlich, deutlich, deutlich besser als bei ChatGPT 3.5. Ich habe das gegengetestet und man muss sagen, da ist ChatGPT 4 schon wirklich nochmal, ja, um Welten besser. Ich kopiere das einfach hier rein. Kannst du dann auch machen, wenn du das Dokument dir geschnappt hast. Fügst du da eben deine Zielgruppe ein und den Painpoint und drückst hier auf Senden. Los geht's. Und dann schauen wir mal, was ChatGPT da schreibt. Jetzt ist es natürlich in der Regel so, dass du nicht 1 zu 1 haargenau das so nehmen wirst, wie ChatGPT das jetzt hier auswirft, sondern du wirst es nochmal adjustieren. Du wirst nochmal ein bisschen deine Sprache drüber laufen lassen. Du wirst nochmal inhaltlich das an den einen oder anderen Stellen korrigieren. Aber wir sehen jetzt hier schon mal, das ist schon in der Regel nicht schlecht, was da rauskommt. Also hier wirklich so diesen Glaubenssatz am Anfang einmal angegriffen. Glauben Sie wirklich, dass alle Ihre Marketingmaßnahmen richtig synchronisiert sind? Denken Sie an die unzähligen Male, als Sie versucht haben, Ihre Social Media Aktivitäten mit E-Mail-Kampagnen, SEO-Strategien, Content veröffentlichen abzustimmen. Unsere Lösung bietet. Und ja, hier jetzt einfach erstmal hat ChatGPT sich so an die stilistischen Vorgaben gehalten, die wir eben gesagt haben. Und dadurch, dass wir jetzt ja hier 5 Copies bestellt haben, kannst du jetzt auch nochmal gucken, was gefällt dir hier wirklich gut. Welche nimmst du? Wichtig zu verstehen, wenn du dann LinkedIn Ads schaltest damit. Damit, dann solltest du auch mindestens 5 Ads in eine Kampagne schalten, damit der Algorithmus vernünftig testen kann. Und dementsprechend, ja, solltest du schon am Ende die hier 5 produzieren lassen. Du kannst natürlich ChatGPT dann nochmal um weitere Adjustierungen bitten. Du kannst nochmal sagen, was es vielleicht nochmal verändern soll, vielleicht nochmal Sprache was ändern. Oder hier wird jetzt auch gesiezt. Also du kannst dann natürlich auch einfach dem Algorithmus sagen, er soll das Ganze nochmal in der Do-Form schreiben und so weiter und so fort. Und im Großen und Ganzen, muss man sagen, ist das hier auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr cool. Und damit arbeiten wir jetzt erstmal weiter. Denn eine Anzeige besteht ja nicht nur aus der Copy der Anzeige, sondern bei LinkedIn natürlich auch aus dem Anzeigen-Image, dem Bild. Und da kannst du jetzt einfach folgenden Prompt hier nutzen. Aufgabe, gib mir zu jeder der 5 Werbetexte jeweils eine Idee für ein passendes Bild, das die Aufmerksamkeit der Zielgruppe im LinkedIn-Feed auf sich zieht. Stil nutze für diese Ideen zum Beispiel Metaphern, die den Schmerzpunkt ironisch, humorvoll oder etwas übertrieben zeigen. Das ist cool, weil erstens muss dieses Bild nachher im Feed die Aufmerksamkeit der Zielgruppe einfangen. Das ist der Hauptjob von einem Ad-Creative, also von dem Bild einer Ad. Und zweitens, was du machen kannst, wenn ChatGPT dir jetzt hier Metaphern liefert, Achtung, krasser Geheimtipp, dann gehst du nachher zu einem anderen Bild-Creation-AI-Tool, sowas wie zum Beispiel Mid-Journey, und kannst dann diese Metaphern einfach bei Mid-Journey eingeben und schon erstellt dir Mid-Journey beispielsweise dieses Bild, was ChatGPT dir hier als Metapher gegeben hat. Und dann hast du auch direkt schon das Ad-Creative, was du einfach nutzen kannst. Also, wir probieren das jetzt hier aus. Zack. Und wir gucken, was passiert. Also, erster Bildvorschlag. Ein Orchester, in dem jedes Instrument seinen eigenen Takt spielt. Ein sichtlich verwirrter Dirigent versucht, das Chaos zu koordinieren. Dies könnte die Schwierigkeiten und Frustrationen der Marketing-Manager symbolisieren, die versuchen, verschiedene Marketing-Aktivitäten zu synchronisieren. Zweites Bild. Ein Labyrinth aus Papieren, Diagrammen und Tabellen mit einer verlorenen Person in der Mitte, die eine Karte hält. Dieses Bild zeigt die Herausforderung Informationsüberflutung und die Schwierigkeit, eine klare Entscheidung zu treffen. Ja, cool. Es sind ein paar coole Sachen dabei. Auch hier wieder könntest du jetzt zum Beispiel noch sagen, mach das vielleicht nochmal ein bisschen simpler, sodass man die Bilder vielleicht einfach auch von Hand zeichnen könnte oder irgendwie sowas. Oder man könnte auch sagen, statt einer Metapher könnte man zum Beispiel auch einfach ein, wir nennen das immer Plakat-Ads, also wo dann wirklich einfach nur ein Text-Slogan sozusagen maximal sieben Worte auf dem Bild-Creative dann draufstehen. Die funktionieren auch immer super, ne? Könnte man Chat-GPT auch sagen, okay, jetzt gib mir nochmal sieben, also Slogans mit maximal sieben Worte, was ich danach auf das Bild draufpacken kann. Auf jeden Fall, du verstehst das Prinzip. Jetzt haben wir Copy und Creative plus Creative-Idee für die Ad und können unsere LinkedIn-Ad schalten. Im nächsten Schritt wollen wir dann die Leute, die wir schon über unsere Awareness-Ad ganz oben im Funnel sozusagen eingefangen haben, die der Algorithmus jetzt schon kennengelernt hat, die sich für uns interessieren und deren Aufmerksamkeit wir schon bekommen haben, wollen wir jetzt im nächsten Schritt dazu bringen, dass diese Leute sich dann ein nützliches PDF als Lead-Magnet sozusagen von uns herunterladen, sodass wir Lead-Generierung betreiben können und die Leute dann als Kontakte in unserem CRM landen. Sie sind dann sozusagen diese grünen Bananen für uns. Das sind noch keine Kunden, die morgen anklopfen und sagen, schönen guten Tag, ich will gern kaufen. Dafür brauchen wir noch die weiteren Schritte gleich im Funnel. Aber es ist wichtig, dass wir diese Kontaktdaten schon mal einsammeln, damit wir dann damit weiterarbeiten können. Und dafür erstellen wir ein PDF. Und zwar ein PDF, das sehr wertvoll, sehr nützlich für die Leute ist. Und das wollen wir natürlich auch wieder Chat-GPT machen lassen. Und zwar brauchen wir erstmal einen Titel für dieses PDF. Also Aufgabe, erstelle jetzt fünf Ideen für den Titel einer Checkliste, die den Schmerzpunkt der Zielgruppe aufgreift und sieben Schritte zur Lösung enthält. Kontext, diese Checkliste soll Personen der Zielgruppe als PDF zum Download angeboten werden. Und dieses PDF bietet eben sehr hilfreiche Inhalte für Sie. Stil, formuliere den Titel so, dass die Zielgruppe stark zum Download des PDF animiert wird. So, wir kopieren das mal rüber und gucken, was Chat-GPT uns hier so alles liefert. Titelvorschlag Nummer eins. Sieben verzichtbare Schritte zur perfekten Synchronisation Ihrer Marketingaktivitäten. Eine ausführliche Checkliste. Wäre jetzt ein bisschen lang für den Titel nach meinem Geschmack, würde ich da nochmal kürzen. Und aber grundsätzlich schon das mit den sieben Schritten aufgenommen. Das ist immer gut, das wirkt immer gut. Zweiter Titelvorschlag hier. Die ultimative Sieben-Schritte-Checkliste für effiziente, integrierte Marketingmaßnahmen. Effizient integriert ist mir ein bisschen zu buzzworthy. Da würde ich jetzt sozusagen nochmal gucken, was ist die First- oder Second-Order-Konsequenz daraus. Ich würde es versuchen, simpler auszudrücken und mehr das Ergebnis für die Person noch mit in den Titel zu nehmen. Aber grundsätzlich gute Ideen. Hier Punkt vier zum Beispiel. Endlich Klarheit. Ihre Sieben-Schritte-Checkliste zur Vereinfachung komplexer Marketingprozesse. Okay. Hier könnte man jetzt natürlich auch wieder nochmal drüber optimieren. Nochmal ein paar Sachen, die einem auffallen, die vielleicht dann bei dem Titel noch nicht perfekt sind. Chat-GPT nochmal sagen, wo es nochmal drüber polieren soll. Und dann geht es weiter. Denn, um jetzt die Leute dazu zu bringen, dass sie auf das PDF aufmerksam werden und sich das herunterladen möchten und ihre Kontaktdaten im Tausch sozusagen mit uns geben, wollen wir wieder eine Anzeige schalten. Diesmal wird es dann eine LinkedIn Lead Generation Anzeige sein, Lead Gen Ad, wo sich das Formular zum Eintragen zum Beispiel direkt auf der Plattform LinkedIn öffnet. Und ja, dafür brauchen wir wieder eine Copy und ein Image. Und zwar nehmen wir das hier mit. Erstelle fünf Werbetexte für LinkedIn-Werbeanzeigen, die starke Aufmerksamkeit der Zielgruppe auf sich ziehen. Die Werbetexte sollen jetzt die Zielgruppe auf die Checkliste hinweisen und zum Download animieren. Gehe auf den Schmerzpunkt ein, sodass die Zielgruppe sich stark damit identifizieren kann. Beschreibe detaillierte, greifbare Szenarien im Arbeitsalltag der Zielgruppe. Setze am Ende eine Handlungsaufforderung zum Download der Checkliste. Maximal 600 Zeichen wieder. Kurze Sätze, Leerzahlen, Aufzählung, wenige Emojis, einfache Lesbarkeit. Let's go! Sind Sie es leid, dass Ihre Marketingaktionen aus dem Takt geraten? Erinnern Sie sich an die Frustration, wenn nichts zusammenpasst. Unsere sieben Schritte, Checkliste zur perfekten Synchronisation ist Ihre Lösung. Laden Sie jetzt kostenlos herunter und bringen Sie Ihr Marketingorchester zum Singen. Er spricht hier immer sehr in Metaphern. Ist das Jonglieren verschiedener Marketingkanäle Ihr täglicher Albtraum? Spüren Sie die Enttäuschung, wenn Bälle fallen? Greifen Sie zu unserer ultimativen Sieben-Schritte-Checkliste für effiziente Marketingmaßnahmen. Ist mir alles noch ein Tick zu marktschreierisch? Da würde ich jetzt nochmal sozusagen dem Algorithmus die Rückmeldung geben, das nochmal etwas nüchterner, sachlicher, fachlicher auszudrücken. Trotzdem aber stark mit den Bedürfnissen und den alltäglichen Situationen der Zielgruppe zu arbeiten. Das heißt, hier müsste man jetzt nochmal ein bisschen reingehen natürlich. Aber grundsätzlich perfekt, dass wir hier schon direkt jetzt fünf Ad-Copies liegen haben, die wahrscheinlich auch schon gar nicht schlecht performen würden, wenn man sie einfach so eins zu eins nehmen würde. Wir brauchen auch wieder ein Ad-Creative, also ein Bild in diesem Fall. Und hier nutzen wir eigentlich wieder dasselbe Prompt wie vorher, wo wieder Ideen für Beispiel Metaphern gegeben werden, die eben den Schmerzpunkt der Zielgruppe, den wir vorher beschrieben haben, etwas ironisch, humorvoll, ein bisschen übertrieben darstellen, sodass wir daraus später zum Beispiel wieder mit einem AI-Build-Creation-Tool wie MidJourney dann einfach die Bilder wieder kreieren lassen können. So. Mal gucken, was hier passiert. Bild Nummer eins. Genau, da hat er wieder die Symphonieorchester-Szene, in der ein verwirrter Dirigent versucht, mit großem Taktstock die widerspenstigen Instrumente zu leiten. Die alle in verschiedene Richtungen spielen. Der Dirigent hält eine Checkliste in der Hand. Okay, der hat schon die Checkliste. Ein Jongleur, der versucht, eine Vielzahl von bunten Bällen symbolisiert verschiedene Marketingaktionen in der Luft zu halten, aber sie fallen. In der einen Hand hält er jedoch die gerollte Checkliste, die Balance und Kontrolle symbolisiert. Okay, das sind natürlich vergleichsweise komplexe Metaphern, also MidJourney hätte da auf jeden Fall dann auch ordentlich zu rödeln. Aber das ist auch okay. Man kann jetzt hier zum Beispiel auch drüber gehen und sagen, vielleicht ein bisschen simplere Bilder oder mehr Alltagssituationen aus dem Berufsleben jetzt der Zielgruppe. Oder man kann auch das einfach mal mitnehmen zu MidJourney und mal gucken, vielleicht kommen ja richtig gute Bilder dabei rum. So, das heißt, wir haben jetzt auch unsere Lead-Gen-Kampagne gestartet, wo die Leute sich dann für unseren PDF-Lead-Magnet eintragen können und sich das runterladen können. Dann, nächster Schritt, wenn wir jetzt unsere Kontaktliste, unsere E-Mail-Liste, unser CRM mit solchen grünen Bananen, mit solchen Zielkundenkontakten gefüllt haben, wie gesagt, dann klopfen die noch nicht morgen an und wollen direkt kaufen, sondern jetzt müssen wir weiter Vertrauen aufbauen. Wir müssen Nurturing betreiben, wir müssen Ihnen in unserem B2B-Marketing-Funnel hier natürlich auch zeigen, dass wir es drauf haben, wie wir Ihnen helfen können und natürlich Sie auch schon langsam zu unserem Angebot, zu unserem Produkt hinführen, aber Ihnen vor allen Dingen auch zeigen, dass wir Ihnen gute, nützliche, hilfreiche Inhalte geben können, um Ihr Problem schon ein Stück weit zu lösen. Und das funktioniert so gut wie fast mit keiner anderen Methodik über ein Live-Webinar. Und dann kann man die Leute schön einladen, nachdem sie sich eben eingetragen haben, bei uns im CRM drin sind. Übrigens, die Schritte, wie man dann das Webinar durchführt und die Inhalte des Webinars sogar auch wieder mit kompletter Vorlage, habe ich schon mal in einem anderen Video hier veröffentlicht. Das verlinken wir einfach mal. Kannst du dir da dann wiederum auch einfach die Vorlage für das Webinar selbst runterladen. Aber hier wollen wir jetzt erstmal den Titel des Webinars finden. Dementsprechend fragen wir auch wieder. Aufgabe, erstelle fünf Titelideen für ein Live-Webinar, in dem fünf Schritte zur Lösung des Schmerzpunkts vorgestellt werden. Kontext, die Zielgruppe soll sich sehr vom Titel des Live-Webinars angesprochen fühlen, weil sie konkrete Lösungen für ihren Schmerzpunkt erwarten. Stil, die Titel, das muss hier heißen, die Titel. Die Titel sollen nach folgendem Schema aufgebaut sein. Die fünf Schritte zu Lösung des Schmerzpunktes für Zielgruppe. Das ist ein bewährter Titel, den wir häufig so machen und der immer sehr, sehr schön funktioniert. Länge maximal 80 Zeichen. So, dann nehmen wir das hier wieder mit. So, wir kopieren es hier rüber zu ChatGPT und gucken, was passiert. Die fünf Titelideen fürs Webinar. Die fünf Schritte zur Synchronisation ihrer Marketingaktivitäten für IT-Manager. Die fünf Schritte zu nahtlos integrierten Marketingaktionen für Software-Marketing-Profis. Ja, da müsste man über die Titel natürlich auch nochmal ein bisschen drüber gehen, aber wenn man hier fünf Dinger sich generieren lässt und dann nochmal Feedback zur Optimierung gibt, dann werden da Titel rauskommen, die höchstwahrscheinlich sehr, sehr, sehr schön für euch funktionieren werden. Dementsprechend haben wir dann den Titel des Webinars erstellt und jetzt wollen wir natürlich die Leute, die schon bei uns im CRM in der Kontaktliste sind, die sich vorher schon für unseren Lead-Magneten eingetragen haben, plus gerne natürlich auch alle anderen, die schon so bei uns im CRM sind, die wollen wir über eine E-Mail-Serie in der Woche vor dem Webinar zu unserem Webinar einladen. Und darum geben wir ChatGPT die Aufgabe, erstelle fünf E-Mails inklusive Betreffzeile, die hilfreiche Inhalte zur Problemlösung rund um den Schmerzpunkt der Zielgruppe enthalten. Außerdem sollen alle E-Mails mit der Handlungsaufforderung enden, sich zum Live-Webinar anzumelden. Kontext, die Zielgruppe soll sich sehr mit den Inhalten der E-Mail identifizieren können. Stil, die Betreffzeile soll maximal sieben Wörter enthalten und stark zum Öffnen der E-Mail animieren. Wir wollen natürlich einen hohen Öffnungsrat haben. Die E-Mails sollen nach der Problem-Agitate-Solution-Formel aufgebaut sein. Das ist eine Copywriting-Formel. Wir gehen erst aufs Problem ein, dann verstärken wir das Problem und dann bieten wir eine Lösung, nämlich die Einladung zu unserem Webinar. Problem-Agitate-Solution-Formel. Beschreibe detaillierte, greifbare Szenarien im Arbeitsalltag der Zielgruppe. Setze am Ende eine Handlungsaufforderung zur Anmeldung zum Live-Webinar. Kurze Sätze, Leerzeilen, Aufzählungen in E-Mails, einfache Lesbarkeit. So, und dementsprechend kopieren wir uns das wieder rüber. Zack. Und schauen mal hier, was wir für E-Mails bekommen. Betreff. Schluss mit chaotischen Marketing-Aktivitäten. Den finde ich gar nicht so schlecht. Hallo Name, kennen Sie das Gefühl, wenn Ihre Marketing-Aktionen völlig aus dem Takt geraten? Sie fühlen sich, als würden Sie ein Orchester leiten, in dem jedes Instrument seinen eigenen Takt spielt. Wir können helfen. Melden Sie sich zu unserem Live-Webinar die 5 Schritte zur Synchronisation Ihrer Marketing-Aktivitäten für IT-Manager an und lernen Sie, wie Sie jetzt das Chaos meistern. Jetzt anmelden, dann Link dahinter natürlich. Betreff. Beenden Sie das Jonglieren Ihrer Marketing-Aktivitäten. Hallo Name, jetzt anmelden. Natürlich würdet ihr noch reinschreiben, wann, an welchem Datum, um wie viel Uhr das Webinar stattfindet und noch ein paar Zusatzinfos vielleicht geben, was die Themen sind. Aber ansonsten super easy. Schön, eine Woche davor, 5 Tage, diese E-Mails hier raus senden und die Anmeldungen für so ein Webinar werden dann nach und nach kommen. Und ein Teil der Leute eben, die bei euch im CRM drin sind, sind dann eben beim Live-Webinar dabei. Und wie gesagt, Webinare, unglaublich starke Methodik, um eben aus grünen, gelbe, reifere Bananen zu machen und Leute dann eben auch zu euch zu führen, Vertrauen aufzubauen, euch vorzustellen, zu zeigen, wie ihr helfen könnt. Okay, dann wollen wir natürlich nach dem Webinar, wie gesagt, nochmal darauf hingewiesen, wie das Webinar genau durchgeführt wird und die Inhalte des Webinars mit Slide-Vorlage und allem drum und dran findet ihr in dem anderen Video, was wir hier verlinken. Jetzt nach dem Webinar wollen wir natürlich die Leute einerseits, die im Webinar waren und die sich vielleicht noch keinen Termin bei uns direkt nach dem Webinar gebucht haben, plus die Leute, die einfach schon mal auf unserer Webseite waren und uns daher ja auch schon kennen und schon vorher auch unsere anderen Ads gesehen haben, die Awareness-Ads, die Lead-Gen-Ads, sich das PDF runtergeladen haben, etc. Die wollen wir jetzt mit Retargeting, Remarketing-Ads in unserem B2B-Marketing-Funnel wieder erreichen und dort in diesen Ads dürfen wir dann auch einen direkten Call-to-Action setzen, sich für eine Demo oder ein Gespräch bei uns anzumelden, weil die kennen uns jetzt schon, die haben schon ein Vertrauen zu uns aufgebaut. Oben bei den Awareness-Ads würde das nicht funktionieren, zu sagen, hier lass uns sprechen oder buch dir eine Demo oder so, das funktioniert nicht. Aber hier weiter unten im Funnel jetzt können wir dann auch den Sack zumachen und den Leuten auch klar einfach nur kommunizieren, melde dich bei uns, lass mal sprechen, gucken, ob und wie wir helfen können. Ja und für unsere Retargeting-Ads, da nutzen wir jetzt zwei Werbeplattformen. Wir nutzen nämlich einerseits wieder LinkedIn und andererseits, sehr, sehr, sehr große Empfehlung von mir für euch, könnt ihr dort dann auch sehr schön Google Display Remarketing-Werbeanzeigen nutzen. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Erstmal LinkedIn-Werbeanzeigen. Aufgabe, erstelle fünf Werbetexte für LinkedIn-Werbeanzeigen, die Teilnehmer des Webinars nach dem Webinar oder Besucher der Unternehmenswebseite zum Vereinbaren eines Demo-Termins animieren. Kontext, die Werbeanzeigen werden nur an Personen ausgespielt, die Teilnehmer im Live-Webinar waren oder schon einmal die Unternehmenswebseite besucht haben. Sie kennen also bereits den Anbieter und das Produkt, das ist ganz wichtig. Stil, greife die Inhalte aus allen bisherigen Werbeanzeigen, E-Mails sowie dem Live-Webinar auf und setze eine Handlungsaufforderung, einen persönlichen Termin zu vereinbaren, um ihren Schmerzpunkt zu lösen. Du merkst also, der komplette Funnel von oben bis unten bezieht sich auf einen einzigen Schmerzpunkt für eine Zielgruppe in einer Branche, eine Rolle im Unternehmen. Das ist eben ganz wichtig, dass wir nicht versuchen, in einen Funnel irgendwie unterschiedlichste Probleme und Lösungen reinzupacken, sondern der ganze Funnel bezieht sich auf einen einzigen Schmerzpunkt. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, damit so ein Funnel dann funktioniert. Also, wir holen uns hier erstmal wieder schön die Copy ab. Zack, gucken mal, was passiert. So, und das hier sind dann die Ergebnisse für unsere LinkedIn-Ad. Er bezieht sich hier also auf das Webinar. Erinnern Sie sich an das Webinar über die Synchronisation Ihrer Marketing-Aktivitäten? Wünschen Sie sich weniger Chaos und mehr Harmonie? Vereinbaren Sie eine Demo und entdecken Sie, wie unsere Lösungen Ihr Marketing-Orchester wieder zum Singen, ich würde hier eher klingeln sagen, bringen können. Jetzt Demo-Termin vereinbaren. Hier darf man jetzt den konkreten Call-to-Action setzen, sich einen Termin zu buchen, eine Demo zu vereinbaren. Wir sind hier weiter unten im Funnel. Ja, auch hier würde ich jetzt natürlich nochmal drüber optimieren lassen über die Copies. Ein bisschen mehr unsere Sprache reinbringen und an den Metaphern vielleicht nochmal drehen, beziehungsweise das hätte ich schon weiter oben im Funnel gemacht. Und gleichzeitig wollen wir jetzt natürlich auch noch Google Display Remarketing-Kampagnen schalten. Das sind die, die Ihr wahrscheinlich auch kennt, wenn Ihr mal auf irgendeiner Webseite wart, Euch ein paar Schuhe angeguckt habt in einem Online-Shop und dann auf irgendeine andere Seite geht und dann sieht man auf einmal wieder diese Banner-Werbung mit den Schuhen. Und genau das machen wir hier auch, dass einfach das gesamte Internet voll ist mit Euch. Und auch hier wollen wir dann wieder fünf Anzeigentitel und fünf Beschreibungen erstellen lassen. Das braucht man nämlich beides für Google Display Anzeigen. Die Teilnehmer des Webinars nach dem Webinar oder eben Besucher der Unternehmenswebseite zum Vereinbaren eines Demo-Termins animieren. Die Werbeanzeigen werden nur an Personen ausgespielt, die Teilnehmer im Live-Webinar waren oder schon einmal die Unternehmenswebseite besucht haben. Sie kennen also bereits den Anbieter und das Produkt. Hier Länge der Anzeigentitel maximal 30 Zeichen, so ist das bei Google und Länge der Beschreibung maximal 90 Zeichen. Wir nehmen das Ganze mit, kopieren das, pasten es hier schön bei ChatGPT rein und gucken, was passiert. Anzeigentitel. Synchronisieren Sie Ihre Marketingaktionen. Hier jetzt ganz wichtig, bei Google dürfte man kein Ausrufezeichen nutzen, aber das könnt ihr dann einfach rauslöschen. Schluss mit dem Jonglieren von Kanälen. Finden Sie den Weg aus dem Datenlabyrinth. Vereinfachen Sie Ihre Marketingprozesse. Und dann eben die 90 Zeichen Beschreibungen der Ads. Unsere Lösungen bringen Harmonie in Ihr Marketing. Jetzt Demo-Termin vereinbaren. Hier der Call to Action. Buchen Sie eine Demo heute. Jetzt Demo-Termin sicher. Hier ein bisschen weniger marktschreierisch sein, ein bisschen freundlicher, seriöser. Jetzt Demo sichern. Ich würde dann auch sowas wie vereinbaren oder auswählen oder sowas machen. Das klingt dann freundlicher noch. Und ja, als Build Creatives für die Google-Anzeigen, weil da kann man dann ja auch Bilder nutzen und auch sogar kurze Videos, würde ich einfach empfehlen, die Person zu zeigen, die man zum Beispiel auch schon im Webinar kennengelernt hat, also die das Webinar gehalten hat. Wir machen das mit unseren Kunden immer so, dass es dann einen Protagonisten gibt, der auch die E-Mails versendet, der ja auf den Ads manchmal zu sehen ist, aber eher weiter unten im Funnel. Und genau diese Person würde ich dann auch hier einfach regelmäßig wieder als Bild zeigen, weil die kennen die Person eben schon. Und das ist dann einfach hier schön. Da kann man dann auch nochmal die Person dazu zeigen, mit der man sich dann potenziell eben auch einen Demo-Termin buchen kann. Das wirkt dann hier einfach nochmal sehr vertrauensbildend und die Leute kennen eben schon das Gesicht. Wie versprochen schicke ich dir das Dokument mit all den Prompts gerne rüber, sodass du es dann sofort auch für euch nutzen kannst. Like dafür gern einfach das Video hier und lass mir unten einen Kommentar da, sodass ich weiß, dass ich dir das Dokument zusenden soll. Ich hoffe, das Ganze war hier wirklich hilfreich und vielleicht auch genauso faszinierend für dich wie für mich. Props für die Inspiration für dieses Video hier gehen übrigens raus an Tim Gehlhausen, von dem ich diese Prompt-Verkettungsmethode gelernt habe, die du jetzt hier gerade gesehen hast, und an Robert Heinecke, der zuletzt ein Video im ähnlichen Stil bei sich im YouTube-Kanal veröffentlicht hat. Ich fand den Aufbau sehr cool, habe es dann hier einfach übernommen und aufs Thema B2B-Marketing-Funnel übertragen. Beide verlinke ich auch unten. Nicht vergessen, den Kanal hier abonnieren und dann sehen wir uns schon nächste Woche wieder mit noch viel mehr solchem Content hier. Herzliche Grüße, dein Michael Assauer.